Ich guckle dich aber extrem! Ich guckle dich aber extrem! Ich hab nur in Frames! Oder was meinst du? Nein, das Jockel! Jockel draußen! Ich muss nachladen! Uah, scheiße! Jockey, Jockey! Charger, 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 Leute! Alter Schwede! Boah, ich mein, so lange hat's ja nicht her, wo wir das Netzwerk gespielt haben! Ist hier was drin? Irgendwas tolles? Ja! Wuh! Schön in den Bogen geknallt! Was, Tank? Nee! Treffer! Ich bin hinter dir die Bogen! Hier sind Waffen! Jawohl! Was ist da, was ist da? Gitarre! Ah! Ja! Ja! Waaah! Scheiße! Das ist spät gebotzt! Ja! Das sieht mir auch noch ganz oft! Smoker irgendwo! Ja, ich seh'n! Der hat dieb mich! 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 Was ist denn? Scheiße! Danke dir! Dann war der! Ja, das war so schwer zu sehen! Deshalb habe ich so lange gebraucht! Ja! Ja! Na, polizei, Auto könnte vielleicht, ja wenigstens Dings! Ja! Ja! sehr gut sehr gut ja Moni bin hier auch wieder voll ok ja das ist toll ja das ist doch die Alarm da drin ist das wir müssen auch rumlaufen ich weiß wo Bombo ja Pektor vor Ort stehen vor 2 4 weiterum laufen ja ich bin vorne weil ich bin langer wir haben wie seid ihr denn jetzt dahinter gekommen wir dürfen nicht ich bin hier noch irgendwie beschäftigt ich bin hinter der zelt ich hab scheiße Hand auf mir ja ich komme hier nicht weiter ja der Tivo ist bei mir ich bin auch gleich scheiße nein lass mich in Ruhe da ist ein Passauf links neben mir ist ein Benzinkanister ja sagst du nein bei mir ist alles bei mir ist der Charger ich glaube ich bin gleich da bei mir ist der Jockey bei mir ist der Jockey ich bin gleich da ich bin gleich da ist aus Mann 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 ich bin jetzt doch leute ich muss ich nicht mehr ein ich 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 habe wer hat sich in die ganze Zeit hier geblieben er wir haben hier noch eine Waffe und die liegen und sie ich bin die Wahl der Einzige gewesen nein scheiße okay ich habe auch nur noch irgendwie knapp über 100 boah alter naja ich warte noch bei mir war der Alarm weit völlig behindert gelegt der war ich hab denn ich weiß auch gar nicht wo du hingegangen bist ich bin einfach um suchen den Weg mit euch den Weg mit euch und dann hinten rum sozusagen wieder oben Smoker oh naja wird sonst ich hab noch Kanister gleich ja heute wir sind viele rum ja da sieht gut aus da wo der Timo hoch geht oh man hier ist auch wieder alle voll aber hier ist ja richtig auch ein Zeichen für Faktor ist die ganze Zeit genau dahinter ist das Bitter Schlampe sein Geschichten tut wer hat mit der Tod gut wir können durch einem anderen so ja ab als eine Wollung auf die Woche Vorsicht gelichten kann ist da und wird gut ja das ist der Begründung Prozent hallo ja muss er kaputt schießen ja Mehdi Warte warte irgendwo die Hauke Aumus noch zu machen ja wir sind verdammt ja ich war der erste oben deshalb der muss sie nicht wo wir drei mussten da oben wird der fd-funk aber jetzt auch ist irgendwie so gedacht auch der egoistische menschen richtig wir alle haben also wo geht sie lang ich springe ich springe hier auf der Matplatte 100 ja einfach da kommt alle ein paar Wiener hier ist sie ist er vor allem war er auch immer nicht ein paar ich wollte gerade sagen hier ist Prozent oder nur die Timo der mitsche ich werde mit dem Ort die Wunsch ich bin der Poker Hontas mir hier doch gar nicht über die Kettensäger der Regen der Rücher bis Karte Gitarre oder weiß nicht so da vor mir ist sie ich frage sie nach dem Weg ich frage sie nach dem Weg junges Fräulein die vorne ist irgendwas Leute wir sind da keine Angst das hat die Pantor und von Wies wenn ich so ja da bin ich dabei das ist Prima hier ist Leiter Akkotze Kotze Probe ja und hier wird Charger hier ist Charger Leute wo bist du denn ja ich bin fast tot ja sorry wir konnten ja auch nicht weg ich guck mal ja ist okay also warum ruckst du ey man kann von hier oben glaube ich die Witch sehen könnte anfisten habe ich schon und jetzt und jetzt mir geht es schon wieder zu gut ne ne aber wo lang vielleicht sind wir ganz falsch ich hoffe nicht da ist er schon vor uns denn hier ist auch noch äh hier Leute hier Leute bei mir kann man runter ja ja ich bin hier gerade Leute bei mir Charger wow gut das ist ausgewicht ich komme schon wo ist dabei der nicht ohne hier war an doch wir Haus Kettler wir sollten hier unter hier läuft irgendwo noch eine Sachse rum Ja, dann haben wir gerade schon versucht zu fisten. Da oben ist er! Dann ist er down. Hallo, nicht fisten, ohne vorher zu fragen, ja. Boah, ich sag dir das. Ich muss mal den Knigge lesen oder so, ja. Sind doch alle bekloppt, sind die doch, dass die so scheiße hier mitmachen, ja. Ich kann meine Bedienung nicht tolerieren. Scheiße, Zombie-Apokalypse und so. Was kriegen wir sie eigentlich ein, hier? Oh Gott, sag, wer hat denn alles ausgedacht? Verdammte Scheiße, ja. Das ist ein Buntma, ey, kommt doch her da oben, ey. Ich fiss doch alle weg hier. Yeah, Burning Time! Ich bin langsam. Ach, meine Zigarettchen. Oh, was zum Heilen, ich hab mir mal jede weg. Ach, das schaffst du doch noch bis zum Finale. Ja. Okay, ich ruckel gerade heftig. Komm mal da rein. Die ist irgendwo was eklig geht. Boah! Ich auch. Ich nicht, ich nicht, aber ich fäng die ganze Zeit. Oh, nee, Tim, kommt irgendwas angelaufen? Ja, es sind Zombies. Ich lade! Ich lade, das war neu. Jock, glaub mir, Jock, glaub mir. Oh, Jock, der fährt mich nicht so hoch. Immer noch? Ah, nee. Ich will mich heilen, Leute. Ich hab noch den. Nein, Entschüss! Alter, aber warum macht ihr denn sowas jetzt? Alter, ich komm mir nicht weg. Ich auch nicht, ich häng hier drin. Ich spring einfach, nein. Ich komm nicht. Ich muss mich heilen, sonst hab ich gar keine Schnitte. Alter, ich geh mir doch. Scheiße, la, Mann, ich heil dich doch endlich. Jetzt hab ich nur noch beschwert, jetzt hab ich nur noch beschwert. Ich wollte ja noch eins. Ich hab's ja überlebt, ich werd bekloppt, mein letzter Schuss. Mich heilen, ich hab nur, ich hab keine Money mehr. Ich hab nur noch eine Machete. Auf geht es nur echt mies. Alter, der kam mit echt unwitzig. Aber der kam ein bisschen behindert. Alle rein, Tür zu. Jawohl. Jawohl. Ich hab wenigstens jetzt, jetzt brauchte ich nur zuziehen. Ich hab nur was. Noch was, ich hab nur was. Ich hab nur was. Schlecht, ich hab nur was. Ich hab nur was. Hier kommt was. Da, 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 da ist der Doppelwaffe. Die Worte, der Doppelwaffe. Ich hab A3. Getter Mitten. Da ist wieder Feuerleiter. Hier sind Waffen. Ja, wo denn? Hier draußen. Was, aber hier bei Tivo, oder? Komm mal hoch. Seht euch das, ey. Obere Etage. Aber bei Tivo ist noch was. Nein, hier kommt noch ein Kevlar. Ja, kommst du raus, Tivo? Ja, warte. Ja. Ja, ich bin hinter dir. Hunter. Boah, sicher, ey. Danke. Ich bin immer auf anderen Seite vom Flur. Die AK ist leer dort. Hier ist Medi-Pack. Hier geht's raus. Hier bei mir, da in der Ecke. Hier ist Dreischusswaffe. Oh, ja, also, aber. Was ist er da hinten? Ah, Tivo ist schon. Aber ich sollte mich jetzt auch mal ein... Ich bin ein Team, Tivo ist und sie. Zombie. Beschlossene Gesellschaft. Hier ist ein Molle, den Mio. Ich guck noch mal hier auf dem Klo. Was macht Molli auf dem Klo? Was macht Molli auf dem Klo? Schade nicht. Warum kommst du hier auf den Deck, oder? Ja. Hier ist irgendwie... Habt ihr was gefunden, wo es lang geht? Äh, doch, 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 doch. Den W.H.D. doch gerade. Hier, 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 da geht's wieder auf. Also, ich weiß nicht, richtig. Hier ist noch ein Kepler. Hier geht ne Rolltreffer runter. Hier geht ne Rolltreffer runter, Leute. Bam, du Arschlo...